Larkin, ein Kennack, der auf Gangster macht Die Runde erinnert an sein Dad, denn er wird von ihr weggeklatscht Dein Rap ist technisch schwach, du lispelst so viel dicker Wieso raps du, wenn du es nicht kannst? Raps, als wärst du fame, doch siehst von ner Frau nie Respekt Du wärst gern aus und schwarz, doch bis in nen weiß Bounty-Effekt Hätte dein, der hat sich deine Battles gegeben Hätte er dir dafür wahrscheinlich in die Fresse getreten Das ist Trap gegen Oldschool-Film Das, was der Diss mit dir macht, ähnelt deinem Rollstuhl-Bild Ey, was laberst du von Rauschgift, verticken Bitch? Du bist der erste Typ, ey, der beim Blaulicht am Zittern ist Jetzt wird hier der Fake, AZ zerfetzt Du warst mit dich, hat man früher direkt ins KZ gestillt Hör mal lieber auf, deine Sprüche zu machen Denn ich bin wie dein Dad und schlag dich mit Gürteln zusammen Kann mir bitte jemand erzählen, warum dieser Larkin im Internet auf Gangster macht? Ich hab die Teknein im Anschlag und baller damit auf dein scheiß Zweck, ein Massaker Kann mir bitte jemand erzählen, warum dieser Larkin im Internet auf Gangster macht? Schnauze, du Peach, denn keiner will mit dir auf einem Track sein, du Bastard Sieben Minuten haben Malbert heftig stark getroffen Hättest du gewartet, wär der an einem Herzinfarkt gestorben Zeig dich Lappen hin, das ist Koma zu punchen Hier musst du sogar zusammen in diesen No-Palm klatschen Larkin, dein Flow ist schlecht und deine Beats sind wack Wo ist der Gegner, der Zug, wenn du von einem Eichel-Piercing-Rapst? Hey, ich komme und punch diesen Spasti Doch eine Frage, wieso trifft denn dieser Bastard Larkin den Takt nie? Du bist brauner Altsein, Laubblätterbaum Nicht, ich bin der Gegner, sondern der Satz Ausländer raus Deine Packung kannst du dir heut' gratis abholen Um dich zu ficken, reichen schon'n paar Nazi-Parolen Fick dein Schwuchtel-Track Du machst Autotune und Kuschel-Rap Und machst danach den Featuren mit Breo Dann auch noch Gruppensex Endstation für dich, du willst hier niemals gewinnen Ey, und scheiß drauf, welches fucking Feature du bringst Kann mir bitte jemand erzählen, warum dieser Larkin im Internet auf Gangster macht? Ich hab die Tech-9 im Anschlag und baller damit auf dein scheiß Zweck, ein Massaker Kann mir bitte jemand erzählen, warum dieser Larkin im Internet auf Gangster macht? Schnauze, du Peach, denn keiner will mit dir auf einem Track sein, du Bastard